1000 für den Imperator, der YouTube-Kanal, in Kooperation mit Games Island. Und haben mir ihr neuestes Spiel geschickt. Ohne Verpflichtungen, ohne irgendwelche Strings attached, hey, mach bitte Werbung für uns, sondern hier ist das Spiel. Wir würden uns freuen, wenn du ein Video dazu machst, wenn du es anguckst, wie du es findest. Ansonsten viel Spaß damit. Das bedeutet, wir sind zunächst verpflichtet worden, wir bekommen kein Geld dafür, dass ich das Video mache. Wir haben im Grunde genommen einmal das Produkt bekommen, ohne dass wir dafür eine aktive Verpflichtung eingegangen sind. Und das hält mich aber trotzdem nicht davon ab, mir dieses Spiel genauer anzugucken und wirklich ein Video dazu machen. Genau darum geht es heute. Das bedeutet, es ist so ein bisschen eine Sonderfolge, weil es nichts mit den Games Workshop-Universen zu tun hat. Es nur am Rande mit dem Infinity-Universum zu tun hat, obwohl es da angesiedelt ist. Sondern weil es ein Brettspiel ist. Und Brettspiele sind ja eigentlich überhaupt nicht Thema bei uns auf dem Kanal. Insofern hoffe ich, dass das für euch trotzdem zumindest im Ansatz ein bisschen spannend ist. Weil ich mir da angucken werde, taugt das Ganze was für uns. Vorweg gesagt, wie gesagt, angesiedelt im Infinity-Universum ist Ram Racers, das Spiel, was wir jetzt bekommen haben. Und was Corpus Belli jetzt Anfang Februar 2024 auf den Markt bringt. In diesem Universum, diesem Science-Fiction-Universum, diesem sehr, sehr cleanen Universum. Und ist da schon lange im Spielhintergrund verankert. Ram Racers sind im Grunde genommen Drohnen-Hacker, die mit ihren Drohnen Rennen fahren. Das ist etwas, das gibt es in der realen Welt schon jetzt bei uns. Nämlich mit Drohnen, die praktisch aus der First-Person-View-Perspektive gespielt werden. Also Drohnen mit Kamera. Das sind dann meistens kleine, schnelle Flugdrohnen. Wo dann Leute mit Rennen fliegen gegeneinander. Und ein ähnliches Prinzip greift Ram Racers auch aus, dass die Piloten halt eben nicht in ihrem Fahrzeug sitzen, sondern den ganzen Kram fernsteuern. Vorweg gesagt, bevor ich jetzt auf die ganzen Details angehe, wenn ihr im Laufe des Videos und auch mit dem Bildmaterial die Assoziation kriegt Super Mario Kart. Die ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist im Grunde genommen so ein Stück weit Super Mario Kart nur im Infinity-Universum. Denn es treten bis zu fünf Spieler auf einer geschlossenen Rennstrecke gegeneinander an. Diese Rennstrecke ist modular zusammenstellbar, wie man gerade lustig ist, wie man sich zusammenstellen will. Es sind mehr Teile da, als man für eine normale Strecke braucht. Kann also sehr, sehr viel Varianz reinbringen. Der Großteil des Spielmaterials ist so klassische Brettspielpappe. Relativ dick an ein paar Stellen muss man Teile, also gerade die Spieler-Displays zusammenstecken mit Rädchen, die Einstellungen verändern können. Es gibt ein Kartendeck mit Ausrüstungs- und Ereigniskarten. Und es gibt ein Set aus fünf verschiedenen Plastikdrohnen. Leute, die Infinity bereits gespielt haben und die Designs kennen, können die verschiedenen Drohnen-Designs auch zuordnen. Das bedeutet, die Drohnen sind nicht einfach unterschiedlich eingefärbt, sondern sind auch wirklich unterschiedliche Modelle. Und jedes der Modelle gehört zu einer der großen Infinity-Fraktionen. Visuell merkt man, es ist wie Infinity nicht ungewöhnlich. Recht bunt gehalten in den ganzen Designs. Die Zeichnungen der Piloten wirken so ein bisschen Manga-Anime-mäßig, so ein bisschen eher aus den Videospielen assoziiert. Man merkt, da geht es nicht darum, die Hardcore-Infinity-Spieler anzusprechen. Da geht es darum, Brettspieler anzusprechen. Da geht es darum, auch Familien, die mit ihren Kindern spielen, anzusprechen. Und da so ein schönes, schnelles Spiel fürs Wochenende, wenn man Sonntag mit der Familie nach dem Mittagessen was machen will, zu spielen. Oder eben, wenn man Leute zu Besuch hat, Spieleabend macht, so wie jetzt zumindest ich privat das mit meiner Partnerin und Freunden gerne machen. Dass wir das Spiel und irgendein Spiel hinstellen, das schnell geht, das eine Stunde dauert vielleicht. Schnell durchgespielt ist, dann spielt man was anderes. Dieses Kriterium erfüllt Ram Racers. Was man allerdings von vornherein im Kopf behalten muss, Ram Racers, ja, in der Theorie kann man es zu zweit spielen. Es ist aber nicht dafür gedacht, zu zweit gespielt zu werden. Man braucht eigentlich für tatsächlichen Spielspaß mindestens drei Leute, um die ganzen Schikanen ausnutzen zu können. Damit diese ganzen Ausrüstungskarteneffekte haben. Damit dieses Wettrenn-Gefühl wirklich aufkommt. Die Spieler starten logischerweise alle im selben Abschnitt auf der Karte. Also dieses klassische Pole-Possession-Ding wird ausgewürfelt. Und man verändert jede Runde im Grunde genommen einen bestimmten Faktor seiner eigenen Drohne, nämlich die Geschwindigkeit. Man fängt logischerweise bei Null an, kann dann hochbeschleunigen, muss aber immer im Kopf behalten, dass Beschleunigung auch Einschränkungen bei der Steuerung mit sich bringt. Denn du drehst dein Modell, du drehst die Drohne nicht einfach, sondern du benutzt eine Schablone, die zu deiner aktuellen Geschwindigkeit passt. Es gibt in jeder Geschwindigkeit reines Geradeausfahren, leichte Kurven, etwas stärkere Kurven. Je schneller du bist, desto flacher sind die Kurven. Das bedeutet, Haarnadelkurven kannst du auf hoher Geschwindigkeit eigentlich nicht bewältigen, weil dein Radius, dein Abbiegewinkel viel zu groß ist, als dass du so eine enge Kurve fahren kannst. Und wenn du diese zu schnell bist, die großen Schablonen nimmst, knallst du in die Bande. Das hat im Spiel Effekt, das bremst dich aus, andere können dich überholen. Und deswegen ist das ganze Spiel eigentlich durchzogen davon, dass du jede Runde ein Stück weit abwägen musst. Willst du wirklich schnell sein, willst du einen Vorsprung kriegen und dann das Risiko eingehen, dass du vielleicht nicht vernünftig um eine Kurve kommst, wenn du nicht durch Glück eine entsprechende Ausrüstungskarte ziehst, die dir bessere Steuerung ermöglicht. Oder sagst du, ich gehe auf Nummer sicher, fahre ein bisschen langsamer, kann dafür aber diese ganzen Kurven nehmen und die möglichst eng nehmen. Das ist eine Sache, die auch ein bisschen Vorausplanung tatsächlich benötigt. Das bedeutet, du siehst den Streckenverlauf die ganze Zeit natürlich vor dir. Und wenn du eine lange, relativ gerade Strecke hast, kannst du natürlich Speed geben, hast aber immer das Problem. Klar, du kannst schnell fahren, du kannst dieses Risiko mit den Kurven eingehen. Und du kannst natürlich, wenn du ganz vorne bist, auch einfach bestimmte Gegenstände und Ausrüstungssachen einsetzen. Musst aber immer davon ausgehen, genau wie bei Mario Kart. Es gibt halt die grünen und die roten Schildkrötenpanzer. Jetzt natürlich bei Ram Racer sind es keine Schildkrötenpanzer, sondern Bewaffnungsmarker, die du als Karten ziehen kannst. Und du ziehst jede Runde eine neue Karte. Und wenn du der Letztplatzierte in der Reihenfolge gerade der Drohnen bist, dann ziehst du eine weitere Karte. Du hast als Letztplatzierter nicht das Problem, eigentlich du hast automatisch verloren, sondern du kriegst viel mehr Möglichkeiten an die Hand, um deine Position zu verbessern und um die Position deiner Gegner zu verschlechtern. Das heißt, du kannst Schufswaffen einsetzen, du kannst elektronische Störsysteme einsetzen, die dem Gegner die Steuerung vermissen. Du kannst Gegenstände einsetzen, die deine eigene Steuerung verbessern oder deine Beschleunigung verbessern, deinen Schutz hochfahren. Du kannst dem Gegner das Gaspedal blockieren, sodass er seine Geschwindigkeit nicht verändern kann. Du kannst ihn mit ein bisschen Glück in die Bande lenken oder, das geht eben auch, du kannst eine Ölspur legen, du kannst Minen hinter dir ablegen, Ölspuren, die wirklich länger bleiben. Du kannst einen EMP-Puls auf alle Drohnen um dich herum abfeuern, gerade wenn es so sehr eng ist, wenn du mit fünf Leuten spielst und sich alle so in so eine Kurve knubbeln. Wenn du dann den EMP-Impuls als Karte hast und abfeuern kannst, kannst du also wirklich mehr als einen Gegner auf einmal zeitweise aus dem Rennen nehmen. Und selbst wenn deine Drohne zerstört wird, kommst du wieder ins Spiel, ja nur eben nicht ganz vorne. Auch da wieder Mario Kart, die Wolke mit der Angel, die dich wieder auf das Spielfeld hebt. Also ganz viele Aspekte, die man so aus diesem alten Videospiel kennt, finden sich in Ram Racers sehr, sehr offensichtlich wieder. Und machen da auch so ein bisschen den Reiz aus. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, also je nach Altersstruktur ist ja auch immer die Frage, wer hat die Mario Kart Spiele überhaupt gespielt? Bzw. wer hat Spaß an diesen Kartrennen mit Schikanen? Für diejenigen, die ein bisschen in meiner Altersklasse unterwegs sind und mit Mario Kart aufgewachsen sind, ist das eine sehr, sehr positive Assoziation. Weil das immer ein lustiges Spiel war, weil das immer sehr kurzweilig war. Und das jetzt als Brettspiel umzusetzen, ohne eben diese Nintendo IP, sondern mit der Infinity IP zu arbeiten, finde ich sehr schick. Aber bloß, weil das sozusagen jetzt so das Standard-Brettspiel-Konzept ist, heißt das ja nicht, dass sie nicht trotzdem Individualisierung drin haben. Jeder der Piloten und jede der Drohnen hat unterschiedliche Eigenschaften. Du suchst dir durchaus eine Drohne aus, also die meisten gucken erstmal nach den farblichen Auswahlmöglichkeiten, gerade wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, kann man mit den Werten noch nichts anfangen. Aber jeder der Drohnen hat unterschiedliche Werte, was das Thema Angriff und die beiden Verteidigungsoptionen angeht. Also physische Verteidigung und Verteidigung gegen Elektronik oder chemische Angriffe. Die Piloten haben unterschiedliche Sonderfähigkeiten, die ihnen einmal pro Runde einen Vorteil verschaffen können. Und bei diesen Sonderfähigkeiten, da kommt mein erster Kritikpunkt zu diesem Spiel. Denn die Sonderfähigkeiten stehen auf den Karten drauf. Einige sind einfach passiv permanent aktiv. Bei anderen muss man eigentlich davon ausgehen, die kann man nur so und so oft einsetzen. Vielleicht nur einmal pro Runde. Das steht nur dummerweise nirgendwo. Also das ist in der Regelformulierung, in der Regelbeschreibung sehe ich da ein Stück weit einen Nachteil. Weil ich sage, es würde die Spielbalance vollkommen verschieben, wenn jemand eigentlich jedes Mal, wenn er dran ist, oder auch wenn der Gegner dran ist, je nach Sonderfähigkeit, diese Spezialfähigkeit aktivieren kann. Weil dann dominiert dieser Fahrer völlig das Spiel. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Da ist so ein bisschen eine Schwäche in den Spielregeln drin. Der zweite Kritikpunkt, und ich glaube, der ist so ein bisschen dem Lektorat geschuldet, dass sie da was übersehen haben. Es gibt Karten, die referenzieren auf einen Begriff namens Closed-Turn-Templates. Das Problem ist, es gibt keine Closed-Turn-Templates. Zumindest ist nicht definiert, was sind denn die Closed-Turn-Templates. Ich gehe davon aus, dass damit eigentlich bestimmte von diesen Bewegungsschablonen, die ich vorhin erwähnt hatte, mit Geschwindigkeiten und Kurvenwinkeln gemeint sind. Aber der Begriff Closed-Turn taucht nur auf diesen bestimmten Effektkarten auf und nirgendwo sonst. Das bedeutet, wir haben da leider Effektkarten, die sich nicht sinnvoll verwenden lassen, weil nicht klar ist, worauf sie sich beziehen. Was ist damit gemeint? Und was sind Closed-Turns? Da sehe ich so ein bisschen einen Manko im Lektorat, in der Produktion. Ich hoffe, dass Corvus Belli das dann später mit dem Einzelhandelsprodukt, dass sie den Fehler entdecken. Die Rückmeldung werde ich an Corvus Belli auch geben. Vielleicht kriegen sie das noch geändert. Wetten würde ich jetzt nicht zwingend drauf. Aber in Zeiten des Internets kann man so eine Erata ja auch einfach online stellen. Das sind aber so meine einzigen so richtig ernst zu nehmenden Kritikpunkte. Also zwei Regelelemente, die für mich entweder nicht gut erklärt sind oder wo Begrifflichkeiten einfach nicht sauber oder eindeutig sind. Ansonsten ist das für mich ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel. Also ich habe wirklich bei unseren Testrunden mit meiner Partnerin sehr, sehr viel Spaß gehabt. Das ist kein Spiel, was man jetzt sagt, das spielen wir jetzt fünfmal. Aber das ist an so einem Spieleabend super geeignet, um so einen leichten Einstieg zu kriegen, um zu sagen, gut, jetzt haben wir so ein bisschen das Adrenalin, jetzt haben wir Bock. Jetzt spielen wir vielleicht was Komplizierteres oder was Anspruchsvolleres. Als Einstieg in das Infinity-Universum funktioniert das nicht. Dafür ist es aber auch nicht gedacht, denn das Universum von Infinity ist natürlich einfach mittlerweile sehr umfangreich. Das ist ein Universum, was natürlich auch ähnlich wie das bei 40k der Fall ist, durch Konflikte dominiert und definiert ist. Und Ram Racers ist ein Sportspiel. Das ist, wie gesagt, Mario Kart. Das ist kein Konfliktspiel im Sinne von bewaffneter Konflikt. Insofern, die Infinity-IP, die da dranhängt, ergibt natürlich aus dem Blickwinkel von Infinity Sinn, ähnlich wie das bei Arrestea, diesem Arena-Combat-Spiel der Fall war. Aber es hat für jemanden, der mit Infinity bisher nichts zu tun hat, natürlich nicht den umgekehrten Bezug. Das ist okay. Das stört mich nicht weiter. Wie gesagt, muss es ja auch nicht. Und damit ist es zugänglich für jede Menge Leute, die Infinity nicht kennen. Weil Corvus Belli schon bei seinen Brettspielen sehr klar macht, Ja, die hängen alle in einem großen gemeinsamen Universum. Aber sie sollen zugänglich sein für Leute, die keine Tabletopper sind. Und das schafft Corvus Belli mit Ram Racers sehr explizit und sehr, sehr gut. Ich finde es ein schön gemachtes Spiel. Ich bin gespannt, ob sie eventuell dafür irgendwann Erweiterungen rausbringen. Vielleicht weitere Fahrer und weitere Drohnen mit anderen Werten. Vielleicht neue Sets mit Rennstreckenelementen. Ergänzungs-Decks mit weiteren Ausrüstungskarten. Sodass man eine höhere Varianz hat, was man in so einer Runde als Karte zieht. Das wäre so ein bisschen mein Wunschdenken. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Wie langfristig sich das auf dem Markt hält, weiß ich auch nicht. Ich kann hier aber aus meinem Blickwinkel eine durchaus solide Empfehlung für dieses Spiel abgeben. Und hoffe, dass ihr, auch wenn das jetzt gerade sehr, sehr kanalthemenfremd ist, an dem Video ein bisschen Spaß hattet. Rückmeldungen unter dem Video sind wie so oft gerne gesehen. Wir werden nicht regelmäßig Brettspiel-Content machen. Dafür sind wir die ungeeignete Plattform. Das ist jetzt eher so ein Ausnahmeding, weil Corvus Belli uns Sachen einfach freiwillig zugeschickt hat. Ich hoffe, es war für euch trotzdem interessant. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann gibt es auch wieder ganz normalen Content, wie ihr ihn bei uns vom Kanal kennt. Tschüss. 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 ано